Ich fahre jetzt gerade heim von einer wunderschönen freien Trauung. Maria und Moritz durfte ich jetzt trauen in ihrer freien Trauung. Und es war so schön, es war so berührend, es war lustig, es war emotional, es war genau die richtige Mischung. Ich durfte singen für das Brautpaar und für die Hochzeitsgesellschaft. Und alle waren happy und sind dann auch zu mir gekommen, auch die älteren Leute, die können sich ja meistens unter einem freien Trauung nicht so wirklich was vorstellen. Und sind so begeistert gewesen. Und das Brautpaar, der Hammer, so süß die zwei. Und auch ein Witz, also mit Zwischenrufen und die Gäste waren fröhlich, haben applaudiert, haben gejubelt. Und dann haben sie wieder gekeult, weil es so nett war, weil es so schön war, weil es so emotional war. Also, der schönste Job der Welt. Hammer. Ich bin echt glücklich.